Weiter rennen. Wir haben uns auch verhalten wie dieser Trottel, wo wir uns gefunden haben. Guck mal, Dino. Oh, ich renne mal drauf zu und hau. Direkt eine gefangen von dem Dino. Wer weiß, wann wir uns wiederfinden. Oh mein Gott, da kommt wieder einer. Oh mein Gott, der hat so Boller-Schlingen. Ja, ja. Hat er dich gefangen? Nein, der wirft da nach mir, aber ist zu schlecht. Ja, der fängt mich nur kurz und er macht nichts. Lauf mal weiter in die Richtung. Er hat den Speer auch noch. Den Speer hat er auch. Ich glaube, der will mich. Und da ist wieder so ein tödlicher Dino. Kevin, mach was. Ich laufe jetzt am Wasser in deine Richtung. Er rennt weg. Er läuft weg. Er hat Angst vor dem Dino. Ja, aber dann hätten wir uns schon begegnen müssen. Nee, dann müssen wir hinterher gelaufen, kann das sein? Loll. Hüpf mal. Jetzt. Jetzt. Nee, dann ist da noch jemand. Jetzt. Jetzt. Nee. Kale. Na toll, dann wird der mich töten. Oh Mann. Ich will doch nur einen Kevin finden. Das ist echt ein bisschen blöder gemacht. Man müsste sich halt auskennen, wie man hier sich overpowered verteidigen könnte. Na warte, du Mistkerl. Und die lasse ich mir nicht umhauen. Ich würde auch echt gerne wissen, ob man irgendwie, ähm, irgendwas, keine Ahnung, mit dem Schlafsack oder so, wie bei Rust, irgendwie den Punkt speichern kann, ob man wieder spawnt oder so. Das wäre ganz cool. Wie er mich sucht. Oh, und der hat mich gefangen. Jetzt kann ich nur noch kriechen wie so ein Schwung. Oh mein Gott. Hat er auch so ein, so ein Seil dran gemacht? Ja, ja. Trägt er mich auch ans Wasser? Ja, ja. Now you die to do. Schreibt er. Wenn du liegen bleibst, dann, äh, ist er automatisch wieder frei. Na toll, der lässt mich jetzt absaufen. Alter, ist das ein Idiot. Der hat mich einfach absaufen lassen. Na das muss Spaß machen. Der muss einsam sein. Aber ich würde es, glaube ich, auch machen, wenn ich wüsste, wie es geht. Einfach Leute fesseln und ersaufen lassen. Also man kann die nicht looten, habe ich gerade gesehen. Wart für Idioten hier rumrennen. Die wissen halt alle nicht, wie es geht oder so und dann, oh, komm, ich fessele Leute und fix sie. Kill, kill. Ich glaube, wir sind echt ein bisschen auf ein leichter Ernst, oder? Ja, dann wechseln wir mal. Ich habe genug von der Nacht. Okay. War das deine Katze? Nein, keine Katze da, oder? Was war das? Nö. Kam das vom Spiel? Ach, das ist hier vom Spiel. Ein Dinosaurier. Hm, was haben wir denn noch? Voll, voll, voll. Ich gehe mal weiter runter. 5 von 16. Ich gehe mal Filter ein. Ne, hier gibt es nichts. Rauchen ist scheiße, Leute. Rauchen ist scheiße. Der Filter geht nicht, nein. Ah, ich habe das richtig für uns. Noob Gaming. Wo? Ah, voll. Schade. Gibt noch zu viele Loops. Oh, na toll. Ich habe auf Refresh gedrückt, jetzt findet er keinen mehr. Qualität. Nooo, Kevin drückt nicht auf Refresh. Ich halte mich dran. So, was haben wir denn noch? Ich glaube so ein voller Server. Ah, da sind sie wieder. Also ich habe, was gibt es hier noch? Hier, 5 oder 4 von 16. Wie heißt das Server? FR Lobard Gaming. Oder Lubar Gaming. Boah. Oder Tribes. Ah, ich habe es hier. Das habe ich. FR Lubar Gaming. SMB. Genau. Nice. Ich klicke auf Connect und komme ins Hauptmenü. Jo, ich auch. Nice. War geil. Hat Spaß gemacht. Hammer. Siehst du EU Explicit Games Server? 3 von 12. Uuuuh. Weißt du, das erinnert mich gerade brutal an Rust. Wieder im Hauptmenü? Ja, ich auch. Ich glaube wir müssen das Spiel neu starten. Scheiß. Da. So, da sind wir wieder. Nice, dann gehts. Dann gehts. Also ich wiederhole, das erinnert mich ziemlich an Rust hier. Dieses Spawn-Killing und jeder spawnt und haut erstmal jeden um. Wie hieß jetzt der Server? EU Explizit Gaming. EU Explizit Gaming. Sind nur zwei Leute drauf. Erfüllt sich wahrscheinlich noch. Äh, jetzt finde ich ihn nicht mehr. War der oben bei dir irgendwo? Ähm, ja nicht so weit oben. Ah. Got it. Ah, jetzt habe ich es kapiert, du. Was hast du kapiert? Ähm, man muss was abbauen, Holz. Ja. Und das auf den Boden legen. Und das immer stapeln. Dann wird es zu einer Kiste. Wie? Immer wieder reinlegen in die Kiste. Also immer wieder das Holz aufs Holz legen. Dann wird das zu einer Kiste. Und je größer die Kiste wird, dann kann man mit Leertaste irgendwas dann später bauen. Ah, Kevin ist der Schlauste. Uh. So, Kiste rein, Kiste wird größer, nice, funktioniert. Ob das so ein Crafting-Tisch wird? Ne, das ist, äh, je größer die Kiste wird, je mehr Sachen kannst du dann craften damit. Okay. Äh, kannst du mal vielleicht beschreiben, wo du bist? Strand. Ah, ich bin hier wieder in so einer mega, mega großen Bucht. Bei mir gibt es nichts, wo auch nur ansatzweise irgendwie auffällig wäre. Also ich glaube erst mal Wasser rechts von mir. Das heißt, wenn wir in Richtung Wasser gucken, nach links. Oh Gott, Dino, Dino, go away. Verlifts, nice. Ich hau hier direkt am Wasser noch ein wenig auf der Kiste rum. Ich versuche die so langsam nochmal zu finden. Ja. Gibt es bei dir viel Sand oder eher wenig Sand? Viel, glaube ich. Ja. Doch, das würde ich als viel deklarieren. Nice, dann bin ich schon mal richtig falsch. Aber die Nacht ist da, der Regen ist da, alles wie immer, nice. Läuf. Ich habe eine Fackel gebaut. Nice, hat es funktioniert? Oh, ich habe die Fackel fallen lassen. Ich habe sie wieder, ja. Wie geht das dann? Lass alles da rein und dann mit Leerttaste da rangehen oder wie? Ja, ich habe es halt auf E umgestellt. Also mit, ja. Und dann stand da rechts. Da läufst du mit der Fackel. Ja. Da stand dein Craft Torch. Nice. Oh, da oben ist der Killer Dino. Achtung, Achtung, Achtung. In deine Richtung, in deine Richtung. Ja, wir sind bestimmt unauffällig hier mit der Fackel. Ja, das sieht uns keiner. Ein bisschen am Strand bleiben. Und wenn er kommt, dann springen wir ins Wasser. So. Ich baue auch mal ab. Vielleicht können wir uns irgendwas bauen. Dann machen wir jetzt, machen wir eine Kiste, dann machen wir zwei. Ja, ja, ja. Du Craftes. Nice, man. Du bist richtiger König hier. Wie hast du das anbekommen? Das Feuer? Das ging automatisch einfach Craft Torch und zack. Auf dem Boden so gerieben, im Regen. Ich wette das Feuer, das ist auch ein Unterwasser Feuer. Müssen aufpassen, ich brauche meinen eigenen Baum. Sie müssen killen bei uns. Stimmt. Weiße. Können wir irgendwo hin, wo zwei Bäume sind? Oh. Ich verliere es zwar, aber es brennt noch. Unter Wasser. Craft Kings, Craft Kings, Craft Kings. Ja komm, da machen wir jetzt zwei Häufchen. Ich habe aber Angst, hier am Strand zu bauen. Aber ich glaube, da drin sind die großen, bösen. Ja, stimmt. Und wir sind zu zweit, also. Und einer hat den Server verlassen. Also ich glaube, wir machen auf jeden Fall kalt. Stimmt, wir sind ja auf einem leeren Server. Drauf und drauf und kloppe den Busch und kloppe den Busch und hau ihn mir aufs Maul. Und ich glaube, die Zeit ist irgendwie auf allen gleich. Habe ich das Gefühl. Ja, weil es regnet schon nicht mal bei mir. Ja, das regnet eh immer nur so kurz irgendwie. Bäm, bäm. Wie kann ich da jetzt auch was machen? Bei mir ist da nichts. Ja, auf E. Schau es mit E an und dann steht irgendwie Rescue Box und rechts sind dann Craft Options. Nice. Aber auch nur eine Fackel wahrscheinlich bei dir, oder? Schau mal. Ich ziehe das mit. Wie hast du denn das gemacht? Cool. Das ist wieder los. Kann ich es loslassen? Oh mein Gott, Dino kommt. Da kommt ein Dino, da kommt ein Dino. Oh, ich habe das Ding noch. Der greift dich an. Geh ins Wasser, geh ins Wasser, geh ins Wasser. Fuck, 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 fuck. Oh. Nein, 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 nein. Oh, ich bin tot. Nein, jetzt kommt er zu mir. Nein. Hör doch auf. Noch weiter, noch weiter. Nein, du Faschist. Lol, ich leb. Ich leb, weil ich unter Wasser bin. Nice. Das ist wohl irgendwie ein Bug? Scheiße, ich habe mich auf Wiederbeleben getrückt. Ich bin ein Idiot. Ja gut, wer hätte erahnen können, dass ich überleb? Der Dino steht noch da. Er denkt, ich bin tot. Er denkt doch nicht, ich bin tot. Oh, er hat mich im Wasser tot gemacht. Aber im Wasser können wir nicht sterben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Mega-Festung. Schon wieder? Der kriegt mich nicht tot. Im Wasser stirbt man nicht unter Wasser. Irgendwie. Er trägst Dino da. Aber der kann am Bodengrund laufen irgendwie. Okay. Jetzt steht er hier unter Wasser rum. Dann gehe ich wieder zu unserer Kiste. Oh, es wird Tag. Ah, ist bei mir auch. Ich versuche mal wieder zu, ja, sich zu finden. Ob ich die Kisten jetzt kombinieren kann? Pull. Cool, dass man diese wegziehen kann. Und... Ich müsste, ich müsste die einzelnen nehmen irgendwie. Ist der Dino down? Nö, der ist irgendwo im Wasser. Haha, der kommt gleich wieder raus. Verrört. Ich mache da jetzt mal Steine mit rein. Ob ich dann vielleicht irgendwie irgendwas gefährliches draus machen kann. Stein kannst du ganz normal mit dem Stein abbauen, oder? Ja. Das ist cool gemacht. Ist auch irgendwie logisch, aber... Cool gemacht. Oh, Sonne. Nice. Das ist cool. Ah, Bolas, Shield und Torch. Ah. Ich ziehe mal meine Kiste näher zum Stein. Ich habe so das Gefühl, dass ich demnächst wieder bei dir bin. Ist ja auch so geil hell geworden jetzt mit Sonnenaufgang. Ja doch. Sonnenaufgang? Den sehe ich nicht. Dann bist du auf der anderen Seite. Ich habe... Oh, Regen. Auch keine Sonne. Aber es sah so aus. Ich habe es im Rücken. Hast du die Sonne auch im Rücken? Ich sehe die gar nicht. Ich sehe die auch nicht, aber es leuchtet so, als würde die von... Ja. Da habe ich gerade einen Stein dazwischen. Ich haue hier gerade noch mehr Steine rein. Was ich sagen muss, ich finde das mies, dass du da nicht abhauen kannst von dem Dino. Okay, eigentlich auch logisch. Ja, gut, die müssen schon schnell sein. Du hast keine Chance, man. Vielleicht, wenn du mal mit dem Bogen drauf schießt. Vielleicht haut er dann ab oder so. Wow. Ich kann mir einen Bogen machen. Total Torch. Tipi. Ein Tipi. So ein Zelt. Nice, nice. Bau das. Brauchen wir schnell eine Fackel. Dann sehen wir uns besser, beziehungsweise du siehst mich besser. Ah. Was baue ich denn jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube einen Bogen. Gibt es irgendwie Wall? Keine Ahnung. Ne, noch nicht. Ich mach mal noch mehr Steine dran. Killer, Gatling Gun. Gatling Gun. Die hätte ich jetzt gern. Brrrr, Brrrr, Rasenmäher. Irgendwann mal, wenn wir eine Base haben, auf T-Rex abgehen. Oh, ja. Ob man die schon irgendwie erlegen kann? Ja, wahrscheinlich mit Überskill oder so. Ich mach mir jetzt mal einen Speer. Ich weiß schon genau wie wir das machen. Jeder einen Bogen und du ein Auge, ich das andere Auge. Genau. Pan. Rein. Genau. Oh Gott. Hast du jetzt gemacht? So, jetzt hab ich einen Speer. Kann ich schon was machen? Eh. Gut. Torch. Ah, das muss noch gecraftet werden. Ich hab ne Torch. Ich hab ne Torch. Ich würd interessieren wie lang die hält. Ja gut, das teste ich mal. Jetzt hab ich sie angemacht. Ich nehm mal dein Holz, Kevin, ne? Ja, gerne. Ich bin ja eh nicht mehr da. Na komm mit, Kistchen. Das ist wie so ein Kind, dass der Bollerwagen hinterher ist. Das ist aber geil. Und so kannst du auch die Leute hinterher ziehen. Das finde ich richtig cool. Machen wir da auch ein paar Steine rein. Und dann mach ich mal, was mach ich denn dann? Einen Bogen noch. Unendlich. Pfeile wären natürlich geil. Das glaube ich. Jawohl. Ja, Alpha. Könnte schon sein. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kampf Dino. Ich bin mal gespannt. Vielleicht währt das Feuer auch die Dinos ein bisschen ab. Das könnte natürlich auch sein. Oder es lockt sie nur noch an. Kann ich mit links klicken? Kann ich die dann wegwerfen? Oder schlage ich damit? Nee, kannst nicht schlagen. Okay, zehn Pfeile habe ich. Okay, bei meinem Glück. Äh, lockt das wahrscheinlich nur die ganzen Dinos. Garantiert. Und zwar nur die großen. Was passiert, wenn ich jetzt nur einen Steinhaufen mache? Dann kann man nichts mit craften. Zumindest nicht mit drei Steinen. So, ich bin ja am Ende der Welt. Ja, dass du an mir schon vorbeigelaufen bist. Oh Gott, davon ist Killer Dino. Ich geh mal wieder näher an den Strand. Ich greifte mich gleich an. Du schreist. Ah, da bin ich, da bin ich. Mal gucken, was mit der Fackel passiert, ob er mich dann trotzdem so krass angreift. Ich denke ja. Da hinten sehe ich irgendwie einen verdammt großen Dino. Oder täuscht das? Hat mich nicht gesehen. Was ist das für ein Dino? Da hinten ist auch einer, aber so einer, den ich töten könnte. Fire Pit, das ist eine Feuerstelle. Boller sind glaube ich diese Boller schwingen, dieses Fangenteil. Okay. Shield. Soll ich mir ein Schild machen? Das wäre doch gut gegen den Dino. So ein mega Holzschild und da kann ich ja nicht mehr killen. So voll OP-mäßig. Natürlich. Mit Gatlingern dran. Mit T-Rex-Szenen vorne dran. So, jetzt habe ich hier einen Dino. Den versuche ich jetzt mal mit dem Speer umzubringen. Oh, oh. Da ist ein böser Dino. Also gehe ich weg. Du läufst Wasser rechte Seite, ja? Wasser linke Seite. Ich gucke aufs Wasser dann rechts und wenn ich am Wasser... Oh Gott, dann muss ich an zwei Dinos vorbei, die mich töten können. Da ist schon wieder so ein Dino. Und er geht genau in meinen Weg. Überall so krasse Dinos. Warum greifen die sich nicht gegenseitig an? Ich habe hier so zwei so böse und einen so nicht bösen. Ich weiß nicht genau, wenn wir uns sehen. Ja, da bist du. Ja. Jetzt kommt der nette Dino zu mir. Was liegt denn an meiner Maus? Was ist denn das? Geh weg. Alter, der nette Dino kommt voll auf mich zu. Ich werde ihn jetzt so umpusten hoffentlich. Kannst du das Schild und die Axt gleichzeitig halten? Ne. Keine. Okay, ich habe ihn nicht erwischt oder... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er überlegt. Ich glaube du kannst Leute mit dem Schild irgendwie umhauen. Das habe ich glaube ich gesehen. Ja. Ja, ich kann es so vor mich halten. Wahrscheinlich ist das dann automatisch so Bounce. Weil die Fackel brennt immer noch. Also ich habe jetzt die Axt, den Speer. Alter, wie viele Dinos hier kommen. Ich werde hier nicht... Oh, der eine läuft ins Wasser. Also Wasser, linke Seite hast du, ne? Ja. Du brauchst noch Wasser, rechte Seite. So schön gecraftet. Komm, Kiladino. Sie hat eine Fackel, ja? Ja. Soll ich mal mit dem Bogen auf den schießen? Ui. Den Pfeil habe ich jetzt gar nicht fliegen sehen. Okay, das muss ich nochmal üben. Hast du schon einen Bogen? Holy shit. Ich habe eigentlich fast alles. Ich habe jetzt einen Speer, einen Bogen, die Axt, das Schild. Diese Boller schwingen noch nicht. Und ein Tipi noch nicht. Komm schon, wir müssen uns jetzt gleich finden. Ah, da fährt ein Fisch. Nice. Und da fährt ein Fisch? Ja, auf dem Strand hier so. Er fährt mit seinen Rädern oder was? Ja, genau. Ich bin ein Fisch. Im Sand schwimmen kann er ja nicht. Oh, da vor mir ist ein Dino gespawnt. Wir müssen doch irgendwie essen, weil mein Essen geht langsam weg. Aber ich habe hier nur so böse Dinosaurier. Da ist ein guter, aber da muss ich auch in einem Bösen vorbei. Gefällt mir nicht. Wenn wir uns finden, erstmal einen Tipi, oder? Ja, erstmal Dino töten. Vielleicht können wir uns da irgendwie verstecken da drinnen. Nein. Oh, böser Dino läuft ins Wasser. Ja, geh ruhig ins Wasser. Ein Problem für mich. Boah, der hat mich nicht gesehen, ey. Ein Glück. Da unten bist du am Wasser, springst du, wa? Ja. Ja, da bist du. Ich bin links von dir. Ach, da. Vorsicht. Rechts von dir kommt auch noch so ein Böser. Zwei. Einer. Ich mal hier. Ich sehe den orangenen Fleck da hinten. Ach, du hast die Fackel weggelegt. Ja. Oh, fuck. Der kommt voll auf mich zu. Müsst du nicht angreifen. Nein. Dem du drauf schießt. Die kommen eh nicht an, irgendwie. Zack. Headshot. LOL. Skildo. Skildo. Ich will auch, wir haben irgendwie. Nein. Jetzt muss ich einen Fleischhaufen machen, oder was? Nicht gleichzeitig hacken hier. Nee, nee. Sonst hacke ich hier auszusehen im Kopf. Alles und jetzt? Ich glaube, das können wir auf einer Feuerstelle grillen. Ja. Warte, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Oh Mann, du hast ihn verjagt. No. Wolltest du voll sneaky so ran? Alter, da sind nur so üble Dinos hier. Wo bist denn du hier? Ich habe keine Ahnung. Mein Fleisch. Achtung, Killer Dino da vorne. Da kommt wieder... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, der Killer Dino kommt. Der Killer Dino kommt voll auf uns zu. Ich gehe ins Wasser rechts und dir kommt auch einer. Vorsicht. Ja, den meine ich ja. Ich habe nur noch vier Pfeile. Oh, ich bin im Wasser. Kam der an? Oh fuck. Der ist gleich bei dir, Tulu. Oh fuck. Oh mein Gott. Du hast gekillt. Mit dem letzten Pfeil, Alter. Nice, nice. Worin ist noch so ein Dino? Die trinken hier, holy shit. Die trinken da wirklich. Ich nehme die Box, du nimmst die andere. Hast du schon? Ich könnte die kombinieren theoretisch. Ganz sneaky da ran. Wir müssen hier weg. Auf jeden Fall. Mal an, wie viel die uns hier sind. Ich mache die Boxen zusammen. Achso, du nimmst die. Ich wollte jetzt zusammen machen. Dass wenigstens einer von uns kämpfen könnte. Gehen wir mit dem Fleisch, Gassi. Ah, ich bin gegen den Baum gelaufen. Was ist jetzt los? Ich bin fest. Was war das für ein Schrei? Bleib mal stehen. Das ist glaube ich ein lustiger Screenshot. Zack. Nice. Okay. Schau mal, hier ist vielleicht... Oh ja. Du auch? Ja. Ja, das passt schon hier, glaube ich. Warte mal, jetzt knöpfe ich mir diesen baggenden Penner hier vor. Ja, da ist das geil. Das ist echt geil. Du kannst ja schon mal Holz kloppen oder so. Jo. Da vorne kommt schon wieder Kilo Dino. Ja. Oh, der ist wieder weg. Einen Schlag gekillt. Schauen wir wie viel Fleisch der bringt. Auch zwei. Oh, böser Dino, böser Dino. Ja. Ach man, verliert das Zeug immer ab und zu. Vielleicht wenn man so und so lange rumläuft, dann verliert man das. Kann auch sein. Nein. Oder das liegt hier am Wasser. Ich verliere sie jetzt gerade ständig. Hey, mein Baum ist leer. Jetzt geht er wieder. Alter, sind hier viele Dinos. Wir gehen baden, Mama. Oh, hier ist schon eine mega Kiste. Und so groß auch nicht. Nimm es. Nimm das einzelne Fleisch. Jawoll. Small Meat. Und da hin. Jetzt ein Reif. Ja, haus drauf. Und äh. Kann man damit schon so eine Feuerstelle machen? Ne, Torch irgendwie nur. Errors kann ich machen. Wie kannst du das ändern? Du bekommst alles angezeigt, was geht. Du müsstest jetzt noch Steine holen und die mit drauflegen. Dann bekommst du die ganzen. Aber wenn mir das nur Torch angezeigt. Jaja, weil du ja wahrscheinlich keinen Bogen hast. Ich leg jetzt mal zweimal Holz hin. Dann kann ich da vielleicht auch schon Pfeile mitmachen. Jawoll. Oh, was will denn der? Oh, Glück gehabt. Megasperr du hast. Irgendwie geht mir ein Baum nicht so gut. Was soll denn das ergeblich hier? Ah, da zeig ich wieder was. Schauen wir, wie viel Pfeile ich mir maximal machen kann. Kann ich denn was aufnehmen? Hast du das schon rausgefunden? Mit E oder linkem Austaste? Also bei mir ist es E. Immer noch Torch. Ja, da müssen Steine mit rein gewinnen. Okay. Wo ist wieder Killer-Dino? Bei Killer-Dino? Ach du Scheiße. Ah, man kann nur 10 Pfeile haben. Da hat was geschrien. Jetzt laufen die ganzen Dinos weg. Das war deine Mutter. Die hat Hunger. Ich hoffe nicht. Wenn es das wäre, wäre ja nicht so schlimm. Ich mach mal das Holz noch mit rein. Alter, die ist bald größer wie wir die Kiste. Können wir irgendwie einen Schalter oder so bauen? Ja, mach doch mal. Warte mal. Du machst viel zu viele. Somit ist für eine Feuerstelle. Dann mach ich hier noch eine kleine. Ich wette, da muss nur ein Holz und ein Stein rein oder so. Zack. Zack. Schauen wir mal. Ne, muss noch mehr rein. Machen wir mal zwei Holz. Lol. Mit zwei Holz und einem Stein kann man schon einmal Bollas machen. Jetzt habe ich es daneben geschmissen. Mach mal das Teil an. Oh man, da verschwendet das ganze Holz. Hast du da jetzt eine Garage hingebaut oder was? Ich weiß nicht was das ist. Irgendwie ein Gefängnis. Ja und jetzt, was bringt das? Du bist mir ein Kevin. Kannst du wieder abbauen. Okay, ich baue es mal wieder ab. Wahrscheinlich ist es dann komplett weg und mein ganzes Holz ist weg. Und das garantiere ich dir. Achso, okay. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Durchs Aufbauen kannst du einen da reinstellen. Und dann das aufbauen und dann ist er da drin. Ach lol. Das ist ja richtig mies. Nein, das ist komplett weg. Warum ist denn da Holz im Fleisch? Ich habe nichts damit zu tun. Okay. So, jetzt ziehe ich mal das Fleisch dahin. Schau mal, da geht so ein Todesdino tauchen. Oh, er schwimmt. Er ist abgesoffen. So, und wie kann ich das jetzt? Ah, Start Fire. Small Meat. Meine Palme ist der Hammer. Die ist richtig ergiebig hier. Kannste hacken, da kommt immer wieder was raus. Fällt aber nie um. Oh, Vorsicht, der böse Dino nähert sich deiner Position. Okay, ich bin undercover unterwegs. Puh. Alle Dechse. Irgendwas geht nicht. Wie funktioniert das so nicht. Irgendwie funktioniert das so nicht. Alter, das hört sich nicht gut an. Komm, Kiste, brenn. Small Meat. Inspect. Die Feuerpitz ist bereit. Die Feuerpitz ist bereit.